Hallo ihr Lieben, kommen wir noch mal zu einem kleinen Staple-Piece, weil mich hat gestern jemand gefragt, ob ich nicht mal ein winterliches Staple-Piece präsentieren könnte. Da ist mir aufgefallen, dass ich mit meinem Kopf total im Frühling bin, weil ich mich wahrscheinlich so auf Sonne und Wärme freue. Und ja, natürlich, ganz fix, es gibt ein schönes Staple-Piece, das bei uns, also bei mir und auch in meinem Freundeskreis so ziemlich weit oben auf der Bucketlist ist. Und das ist der Milford-Mantel von Belstaff. Und den, den gibt es in, glaube ich, einem Tintenblau. Und ich meine, den gab es auch mal in Schwarz, so wie Sherlock. Ich glaube, Benedict Cumberbatch trägt in den Sherlock-Folgen den Milford-Mantel von Belstaff. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Und ich glaube, auch das Dry-Eye, unser Bösewicht aus The Gentleman, einträgt in Moosgrün oder Oliv oder so. Ja, also finde ich sensationell. Und was der so ein bisschen hat, dass der nicht nur galant und schön aussieht wie ein Camilla-Mantel. Der ist Wolle und Kaschmir-Mischung. Aber der hat so ein bisschen was, eine ganz kleine militärische Stränge. Aber das tut ihm gut. Ich finde, der sieht sleek aus und sehr schön. Und das wäre mal ein winterliches Staple-Peace, ihr Lieben. Und ganz liebe Grüße bis zum nächsten Staple-Peace.